Wir haben in diesen zwei Jahren der Familienakademie eine sehr wertvolle Zeit erlebt, wo wir mit Gemeinschaft erlebt, mit Gleichgesinnten. Wir haben einfach Dinge geschafft, jetzt im Nachhinein betrachtet, wo wir vorher gesagt haben, das packen wir sowieso nicht, das bringen wir sowieso nicht zusammen. Und wir haben für unsere Ehe und jeder für sich persönlich einfach Wachstum erfahren. Also wir sind in dieser Zeit sehr, sehr groß. Wir haben Präferate über die verschiedensten Themen gehört, wo wir uns vorher nie damit beschäftigt haben und haben dann die Möglichkeit bekommen, über diese Themen uns intensiv aufzutauschen. Einfach im Ehepaar sehr viel Zeit gehabt zu reden, was uns sehr gut getan hat.